Bei Goop können Sie schon morgen ein wenig Weihnachten haben. Sechs emalierten Pfändchen, 30 Franken günstiger. Viele Eppbeere, viele Aprikosen, viele Zwetschgen, viele Himbeere oder viele von allen anderen Früchten hat es in den feinen Konfitüren, die nur bei Goop behältlich sind. Wir hätten von Ihnen gerne den Namen gewusst. Also bis morgen, wir gehen!